In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie wir die Monotonie von Funktionen grafisch und rechnerisch erkennen und nachweisen können. Als erstes werden wir uns dann anschauen, wie man das Monotonieverhalten einer Funktion anhand eines Graphens richtig ablesen und in Intervallschreibweise darstellen kann. Um die Grenzen der Monotoniebereiche zu erkennen, schaut man zuerst bei jedem Graphen die Extrempunkte an und ich glaube, ganz gut erkennbar hier an dieser Stelle. Wir haben hier einmal einen Hochpunkt, also an der Stelle Minus 2, dann an der Stelle 1 haben wir einen Tiefpunkt und außerdem, wenn vorhanden, auch noch die Sattelpunkte. Und in diesem Fall haben wir eins hier, an der Stelle 3 haben wir noch einen Sattelpunkt. Wie wir erkennen können, sind das die Grenzen unserer Monotoniebereiche. Nach links und nach rechts gehe ich davon aus, dass die Kurve ihr Verhalten beibehält oder in Richtung Minusunendlich und nach rechts bleibt sie auch so in Richtung Plusunendlich. Also ganz weit links und ganz weit rechts sind Minus und Plusunendlich unsere Grenzen. Und ich hoffe, das ist ja klar. Von Minusunendlich bis zum Hochpunkt, also bis Minus 2 kann man sagen, dass die Funktion steigt. Dann von Hochpunkt bis Tiefpunkt fällt sie natürlich, zwischen Tiefpunkt und Sattelpunkt steigt sie wieder und nach dem Sattelpunkt steigt sie ebenfalls. So, wie können wir das jetzt festhalten? Naja, wir können ja sagen, unsere Monotonieintervalle lauten wie folgt. Wir haben jetzt drei Bereiche, wo die Funktion jetzt streng monoton steigend ist. Einmal von Minusunendlich bis Minus 2, einmal von 1 bis 3 und einmal von 3 bis Unendlich. Und dann haben wir noch einen Bereich, wo die Funktion streng monoton fallend ist. Und zwar zwischen Minus 2 und 1, also zwischen Hoch- und Tiefpunkt. Alternativ kann man das Ganze auch noch ein bisschen anders formulieren. Und zwar, wir können immer noch sagen, dass wir von Minusunendlich bis Minus 2 streng monoton wachsend sind. Allerdings hätten wir dann gleich danach einen Bereich von Minus 2 bis 1, wo die Funktion streng monoton fallend ist. Und diese letzten zwei Bereiche, von 1 bis Unendlich, statt beim Sattelpunkt aufzuteilen in zwei Bereiche, wo die Funktion streng monoton wachsend ist, kann man auch alles in einem Bereich zusammenfassen, und zwar von 1 bis Unendlich, wo die Funktion nur monoton wachsend ist. Also, in Wirklichkeit unterscheiden wir zwischen streng und nicht streng monotonie. Allerdings ist dieser Tutorial an das Niveau der Oberstufe angepasst und deswegen werden wir jetzt hier nur von streng monotonie reden. Das bedeutet, diese andere Möglichkeit, wo auch nur monoton wachsende oder fallende Bereiche gibt, werden wir nicht benutzen. Wir werden alles nur mit streng monotonie formulieren. Leider ist es selten so einfach, dass man das Monotonieverhalten wie vorher anhand eines Schaubildes oder eines Graphens direkt ablesen kann, sondern meistens läuft das über die erste Ableitung, die ich auch hier für diese Funktion eingeblendet habe. Und zwar, was hat Monotonie mit der ersten Ableitung zu tun? Ganz einfach, Monotonie ist das Verhalten der Steigung. Und wir erinnern uns, die erste Ableitung ist natürlich immer die Steigung einer Funktion. Daher können wir uns sozusagen die Monotonie mit Hilfe der ersten Ableitung herleiten. Wie das Ganze abläuft, werden wir uns jetzt gleich anhand dieser Schaubilder anschauen. Wir haben vorher gesagt, dass die Grenzen unserer Monotoniebereiche alle Punkte sind, wo die Steigung 0 ist. Also wir hatten hier einen Hochpunkt, dann hier an dieser Stelle einen Tiefpunkt und hier einen Sattelpunkt. Wenn in dieser drei Punkte die Steigung 0 ist, dann sind das natürlich die Nullstellen der ersten Ableitung. Also dort, wo der Hochpunkt ist, haben wir in der ersten Ableitung eine Nullstelle. Genau das gleiche auch beim Tiefpunkt und beim Sattelpunkt. Jetzt zu der Frage, wie hängt das alles zusammen? Naja, dort wo die Anfangsfunktion streng monoton steigend oder wachsend war, also in diesem Bereich von Minusunendlich bis zum Hochpunkt, liegt die erste Ableitung oder die Steigung im positiven Bereich. Das bedeutet über die x-Achse. Also hier bis zu dieser Nullstelle befinden wir uns über der x-Achse. Dort, wo die Funktion fällt, also zwischen Hoch- und Tiefpunkt, liegt die erste Ableitung, also zwischen dieser zwei Stellen, minus 2 und 1, unter der x-Achse, also im negativen Bereich. Ich deute es hier mit dem Minus an. Und hier, wo die Funktion wieder steigt, befindet sich jeweils die erste Ableitung im positiven Bereich. Also, so kann man sich das auch zusammenreiben. Dort, wo die erste Ableitung über die x-Achse liegt oder im positiven Bereich, ist die Anfangsfunktion streng monoton steigend. Und dort, wo die erste Ableitung unter der x-Achse liegt oder im negativen Bereich, ist die Anfangsfunktion streng monoton fallend. Schlussfolgernd können wir dann als Monotoniesatz zusammenfassen. Wenn die erste Ableitung positiv ist, also über der x-Achse liegt, ist die Anfangsfunktion streng monoton wachsend oder steigend. Und wenn die Ableitung negativ ist, also unter der x-Achse liegt, ist die Anfangsfunktion streng monoton fallend. Und vergiss nicht, meistens wird es so sein, dass ihr anhand der ersten Ableitung das Monotonieverhalten für die Anfangsfunktion grafisch oder rechnerisch entscheiden müsst. Als erste Beispielaufgabe habe ich an dieser Stelle eine grafische Aufgabe ausgewählt. Ich lese kurz die Aufgabenstellung vor. In der Abbildung ist der Graph der Ableitungsfunktion f' eine Funktion f gezeichnet. Welche der folgenden Aussagen sind wahr, welche falsch? Begründe deine Antwort. Also, ganz wichtig ist, dass wir nicht übersehen, dass f' abgebildet ist. Und die erste Fragestellung lautet, f von x ist im Intervall 2 bis 3 streng monoton fallend. Um das richtig zu entscheiden, schauen wir uns diesen Intervall anhand unseres Graphens an. Und zwar, die untere Grenze ist natürlich bei 2. Ich deute es mal hier ein. Und die obere Grenze des Intervalls ist bei 3. Kurzer Hinweis zu der Schreibweise. Eine runde Klammer bedeutet immer, dass die Grenze nicht dazu gehört. Also, bei 3 könnt ihr euch so vereinfacht vorstellen. Unser Intervall endet bei 2,9999. Also, 3 wird nicht erreicht. Und in diesem Bereich, wo wir hier schauen, können wir ganz gut erkennen, dass die erste Ableitung unter der x-Achse, also im negativen Bereich liegt. Deshalb können wir als Schlussfolgerung sagen, die Aussage ist wahr, also die Funktion ist streng monoton fallend, da die erste Ableitung negativ ist. Genauso einfach ist auch die zweite Frage zu beantworten. Da geht es darum, dass f und x-Intervall 0 bis 1 streng monoton fallen sein sollte. Also, wir schauen bei der unteren Grenze 0 und die obere Grenze ist 1. Also, wir befinden uns in diesem Bereich. Und in diesem Bereich liegt die Ableitung über der x-Achse, also sie ist positiv. Natürlich ist dann diese Aussage falsch, da die Ableitung positiv ist. In dieser zweiten Beispielaufgabe will ich zuerst anhand einer relativ einfachen Funktion den rechnerisch Beweis zeigen. Also, die Aufgabenstellung lautet, bestimmen Sie rechnerisch alle Intervalle, in denen die Funktion f streng monoton wachsen bzw. fallend ist. Wir erinnern uns, um die Monotonie zu beweisen, brauchen wir zuerst die erste Ableitung. Und die werde ich jetzt auch hier bilden. Also, f' von x ist dann gleich 2x-1. Und zur Erinnerung, die Grenzen der Monotonieintervalle waren die Stellen, wo die erste Ableitung 0 war oder die Steigung der Funktion 0 ist. Deswegen setzen wir als nächstes die erste Ableitung gleich 0. Also, wir nehmen diese Gleichung von oben. 2x-1 und setzen es gleich 0. Formen natürlich ein bisschen um. Erstmal plus 1. Dann haben wir an dieser Stelle 2x ist gleich 1. Und geteilt durch 2x ist gleich 1 halb. Wir haben damit genau eine Monotoniegrenze. Und das bedeutet für uns, es gibt zwei Monotoniebereiche, links und rechts von dieser Grenze. Das können wir auch wie folgt vorstellen. Also, hier können wir uns am Strakt ein bisschen die x-Achse vorstellen. Das ist die hier. Und unsere Monotoniegrenze ist bei 1 halb. Dann wissen wir, ganz weit links ist immer das Minusunendlich und ganz weit rechts ist immer das Plusunendlich. Und was wir jetzt an dieser Stelle machen müssen, ist nur das Vorzeichen in der ersten Ableitung zu untersuchen. Das bedeutet, wir nehmen jetzt links und rechts vor dieser Grenze die einfachsten Werte, die wir finden. Zum Beispiel auf der linken Seite kann ich natürlich die 0 wählen. Also, wir werden f' von 0 ausrechnen einmal und auf der rechten Seite selbstverständlich die 1 auswählen und f' von 1 ausrechnen. Also, das können wir auch hier im Kopf machen. So schwer sind die Zahlen nicht. Wenn ich in der ersten Ableitung die 0 einsetze und zusammenfasse, dann kriege ich natürlich Minus 1 raus. Und wenn ich die 1 einsetze, dann habe ich 2 mal 1 sind 2, Minus 1 ist natürlich 1. Das bedeutet, hier links ist der Bereich negativ und hier auf der rechten Seite von der Grenze ist der Bereich positiv. Und wenn wir uns an unseren Monoton-Nie-Satz erinnern, dann können wir mit gutem Gewissen sagen, von Minus unendlich bis 1,5 ist f' von x streng monoton fallend. Ich kürze es jetzt einfach ein bisschen ab. Streng monoton fallend. SMF abgekürzt. Und von 1,5 bis plus unendlich ist die Funktion f' von x streng monoton wachsend. Das kürze ich wieder an dieser Stelle ein bisschen ab. So, und jetzt können wir uns auch noch bietlich anschauen, was wir untersucht haben. Dafür habe ich rechts die Funktion nochmal kurz abgebildet. Also, wir erkennen die Extremstelle, das ist hier ungefähr 0,5. Und bis hier, bis zu der Extremstelle ist die Funktion streng monoton fallend. Und ab hier ist sie streng monoton steigend. Zum Schluss eine noch komplexere Beispielaufgabe. Die Aufgabenstellung ist genauso wie vorher. Wir sollen rechnerisch die Intervalle bestimmen, wo die Funktion streng monoton wachsend bzw. fallend ist. Wir haben jetzt die Funktion f' von x mit x hoch 4 plus x hoch 3 minus 1. Und genauso wie vorher fange ich mit der Ableitung an. Das bedeutet, ich bilde hier an dieser Stelle die erste Ableitung. Die lautet dann 4 x hoch 3 plus 3 x hoch 2. Und die Minusseilten fährt weg. Dann als nächstes setzen wir wieder die erste Ableitung gleich 0. Also, hier habe ich 4 x hoch 3 plus 3 x Quadrat sind gleich 0. Dann müssen wir natürlich diese Gleichung lösen. Und wir sollten erkennen, dass beide Terme ein x hoch 2 beinhalten. Deshalb klammern wir es aus. Und dann bleibt in der Klammer nur noch 4 x plus 3 sind gleich 0. Und mit Hilfe dieses Satzes vom Nullprodukt können wir dann sofort sagen, die erste Lösung lautet x1 ist gleich 0. Also, wenn wir Wurzel aus 0 ziehen, dann kommt ja 0 raus. Und die zweite Lösung dann 4 x plus 3 ist gleich 0. Formeln ein bisschen um. Minus 3. 4 x sind gleich minus 3. Und natürlich geteilt durch 4. Damit ist unsere zweite Lösung minus 3 Viertel. Gut, an dieser Stelle müssen wir uns wieder das Ganze an der x-Achse vorstellen. Also, ich trage unsere zwei Grenzen ein. Einmal bei minus 3 Viertel. Das ist ungefähr hier. Und einmal bei 0. Ganz weit links ist natürlich das Minusunendlich. Und rechts das Plusunendlich. Somit sollten wir erkennen, dass wir drei Monotoniebereiche haben. Da wir zwei Grenzen haben. Und in jeder dieser Monotoniebereiche suchen wir die einfachste Zahl, die wir finden können. Und bestimmen die Werte der ersten Ableitung. Also, hier ganz weit links werde ich halt die Minus 1 nehmen. Also, wir werden F' von Minus 1 bestimmen. Hier dazwischen werden wir Minus 0,5 nehmen. Und in die erste Ableitung einsetzen. Und auf der rechten Seite die 1. Wenn wir jetzt diese Werte in die erste Ableitung einsetzen, dann kriegen wir hier an dieser Stelle für F' von Minus 1 raus. Also, dieser Bereich hier wäre für uns negativ. Dann F' von Minus 0,5 kommt ein Viertel raus. Also, wäre dieser Bereich hier positiv. Und F' von 1 ist 7. Was wieder zu einem positiven Bereich führt. So, übersetzt würde das bedeuten, wir haben hier ein Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus. Und hier bei dieser Grenze gar kein Vorzeichenwechsel. Übrigens, das wäre jetzt hier der Nachweis Aufführung Sattelpunkt. Das ist egal für uns. Wir trennen das ab in zwei strenge Monotonie-Bereiche. Schlussfolgernd können wir dann sagen, wir haben einmal von Minus unendlich bis Minus 3 Viertel einen Monotonie-Bereich, wo F' von X streng monoton fallend ist, weil die Ableitung negativ ist. Also, F' von X ist wieder abgekürzt streng monoton fallend. Und dann haben wir zwei Bereiche. Einmal von Minus 3 Viertel bis Null und noch von Null bis Unendlich, wo F' von X streng monoton wachsend ist. Und jetzt zum Schluss versuchen wir uns das auch wieder am Schaubild vorzustellen. Ich habe hier nochmal die Funktion abgebildet. Und ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Hier bei circa Minus 0,75 oder Minus 3 Viertel ist ungefähr hier. Haben wir einmal eine Grenze. Und dann bei Null ist unser Sattelpunkt. Also hier ist die streng monoton fallend. Und jeweils in dieser zwei Bereiche ist die streng monoton steigend oder wachsend. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich gelten diese Ansätze für alle Funktionstypen, egal ob exponentiell, trigonometrische oder gebrochen nationale Funktionen. Und es gibt noch ein paar Tutorials, die in Zusammenhang mit diesem Thema Sinn machen. Wie zum Beispiel die Bestimmung der Extrempunkte oder die Bestimmung der Wendepunkte bzw. Sattelpunkte. Dann noch sehr wichtig ist das Krümmungsverhalten, grafisch oder rechnerisch. Das ist dann die Bedeutung der zweiten Ableitung sowie das grafische Ableiten. Spielt eine wichtige Rolle für Monotonie und Krümmungsverhalten. Tutorials zu all dieser Themen findet ihr jetzt gleich im Abspann. Spielt eine gute Rolle für Monotonie und Krümmungsverhalten.